Auf der European Tour hat er für solche Trickshots wenig Zeit. Umso mehr freute sich Max Kiefer uns, bei den Dreharbeiten einen seiner Tricks zu zeigen. Wir sagen Danke und bitte zeig uns noch ein paar weitere Kunststücke. Schülerinnen und Schüler der Hans-Karossa-Oberschule schickten uns diesen Trick. Beim Jugendcamp im Berliner Golfclub Gato studierten Umut Jena am Schläger, Emily Köhler an der Mütze und Jan Göke an der Kamera das ein. Wir sagen Vielen Dank.